Ich glaube, die hatten echt über den Anstorger gestern. Ja, ja, sicher. Aber ich würde hier sagen, er hat uns gar nicht gegessen für dich. Die haben öfter mal in die Gegend geguckt. Wir haben echt ziemlich oft da so hingeguckt. Aber es kam immer keine. Ich habe keine Reaktion von ihm.